Buongiorno heute aus der Kochschule La Cocina in Hannover. Für euch machen wir heute Pasta Scampi Spinasi im One Pot. Für unser Gericht müssen wir folgendes zubereiten. Wir nehmen eine große Gemüsezwiebel und schneiden sie in Stücke. Wir nehmen zwei Knoblauchzehen und schneiden diese auch in kleine Stücke. Für unser Gericht brauchen wir noch eine Chilischote, die wir entkernen, halbieren und in Scheiben schneiden. Wir waschen 300 Gramm Blattspinat und geben sie dann zum Gericht dazu. Zunächst die Pinienkerne anrösten. Ihr wählt die Bratfunktion aus, stellt auf 170 Grad und startet. Nach kurzer Zeit könnt ihr eure Pinienkerne entnehmen und in eine Schüssel zum Abkühlen geben. Zwei Esslöffel Butter in den One Pot geben. Und eure Zwiebel-Knoblauch-Mischung dazu. Eure Zwiebel-Knoblauch-Mischung dünstet ihr in der Butter für insgesamt zehn Minuten an und nach fünf Minuten Dünstzeit gebt ihr die Garnelen dazu. Wir braten sie für weitere fünf Minuten an. Bei der Hälfte der Bratzeit fügt ihr die Chilischoten zu. Für das Gericht brauchen wir noch zwei bis drei Esslöffel Zitronensaft, dazu einfach halbieren und auspressen und zwei Esslöffel Parmesan. Wir brauchen 800 Milliliter Flüssigkeit. Die können sich zusammensetzen aus Weißwein zum Ablöschen, Gemüsebrühe und Sahne. Nun setzt ihr euer Mixpaddel ein in die dafür vorhergesehene Vorrichtung, wählt dann das Programm Pasta aus und stellt den Timer auf 15 Minuten. Dann auf Start. Wie ihr sehen könnt, fängt das Mixpaddel sich jetzt an zu drehen, somit kann nichts anbrennen. Okay, wenn eure Mischung anfängt zu kochen, gebt ihr jetzt die Pasta dazu. Nachdem eure Pasta fertig ist, fügt ihr noch zwei bis drei Esslöffel Zitronensaft hinzu. Dann zwei bis drei Esslöffel Parmesan und euren Blatt Spinat. Und zum Schluss schmeckt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Und nun ist euer Pasta-Gericht fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.